Ich glaube, es helfen einfach nur noch Arschtritte. Ich meine, du brauchst dich doch nicht wundern, dass du die Verhaltensweisen deines Hundes nicht ändern kannst, kommst, schaffst, wenn du es nicht tust und den ganzen Tag rumdebattierst, analysierst, dir Infos holst und hinterfragst und so weiter. Oh, Kinders, herzlich willkommen erstmal zu einer neuen Podcast-Folge Hundemesser verstehen und ich glaube, heute muss ich mal wieder ein bisschen Klartext sprechen, mal ein bisschen deutlich sein, weil ich eigentlich, wie soll ich das, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also pass auf, es ist ja so, ihr müsst euch das vorstellen, dass wir seit Jahren ja mit tausenden Menschen arbeiten, dass wir Content produzieren, dass wir viele Kanäle bedienen, uns immer wieder selber reflektieren, immer wieder schauen, Gespräche analysieren, Gespräche mit Interessenten, Gespräche mit Coaching-Kunden und so weiter. Und am Ende muss ich jetzt, also das ist wie so ein Wachmacher bei mir selber so, weil wir in den letzten Jahren sehr, sehr viel probiert haben, wir sind den Weg gegangen, den Weg gegangen, wir haben Dinge ausgetestet, wir haben den Content geändert, wir haben Perspektivenwechsel gemacht und so weiter und am Ende muss ich jetzt hier einfach mal kurz auf den Tisch kloppen und sagen, ey Leute, jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn man einfach nur los? Was ist denn man nur los? 2024? Wir haben schon bald 2025. 2025 und ich kriege immer mehr einen Brechreiz, wenn ich Menschen höre, also im positiven Sinne, jetzt nicht weil Menschen oder Anfragen oder so mich stören, nicht falsch verstehen, sondern ich kriege einen Brechreiz, wenn ich merke, wie Leute denken, fühlen, an Sachen rangehen, interpretieren, ohne irgendwie, dass da was bei rumkommt. Und das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch einfach nicht wahr sein. Kennt ihr, versucht jetzt mal raus aus eurem Thema zu gehen, beim Hundethema. Versucht jetzt mal wirklich gedanklich raus zu gehen. Kennt ihr das auf Arbeitsplätzen? Also ich kenne es, weil ich ja früh auch ganz normal gearbeitet habe, wo so ein Mitarbeiterkreis steht und es wird geraucht oder Kaffee getrunken. Und dann wird da die ganze Zeit, Tag ein, Tag aus, jeden Tag, jede Woche, jeder Monat immer derselbe Einheitsbrei erzählt. Nicht alles Arbeit geben, ich habe keinen Bock mehr und hier, das kann doch nicht sein und ich würde gern und da, da, da. Aber es zieht sich Jahre hin, weil keiner was macht. Keiner wechselt den Job, sucht sich was Neues, geht hin und spricht klar und deutlich Klartext, stellt Forderungen oder hält einfach den Schnabel. Oder kennt ihr die typischen Stammtische, wo dann die Leute sitzen und dann über Politik oder über das Weltgeschehen diskutieren und sich aufregen, aber niemand in die Politik geht und etwas ändert oder sich viele über Abläufe in Vereinen aufregen, aber keiner aufsteht und sagt, okay, dann packen wir das Ding hier mal an. Und kennt ihr das? Jetzt mal ganz ehrlich, kennt ihr das? Gehört ihr zu denen? Ich habe das noch nie begriffen. Ich möchte euch ein paar Dinge da einfach mal mitgeben, weil ich greife es, ich bin an so einem Punkt, wo ich sage, ey, jetzt ist Schluss hier, jetzt klöppe ich hier mit einem Hammer auf den Tisch und sage, du brauchst dich doch nicht wundern. Du brauchst dich doch nicht wundern, dass das mit deinem Hund nicht funktioniert, wenn du zu diesen Kreisen gehörst. Beim Arbeitgeber regen sich ja alle auf, nee, und das wird immer schlimmer und so weiter. Früher könnt ihr fragen, also ohne Scheiß jetzt. Ich war der Einzige, der dann irgendwann gesagt hat, ja, dann kündige doch, hau doch ab. Oder geh doch zum Chef und sag, ich möchte gerne eine Position höher, ich gebe Gast dafür. Mach es doch einfach. Wenn du mehr Geld haben willst, dann geh hin und sag das und übernehme mehr Verantwortung. Ich meine, du kannst ja nicht einfach nur mehr Geld kriegen, einfach nur, weil du da bist, sondern du musst ja auch mal mehr Geld kriegen, weil du auch mehr machst oder dir mehr Wissen aneignest oder was auch immer. Aber dann mach es doch mal. Mach es doch mal. Oder bewerbe dich woanders und schmeiß hin und geh woanders hin, wenn es da besser ist. Oder geh in einen Verein und verändere mal was. Wenn du dich darüber aufregst, zum Beispiel, dass, was weiß ich, der Trainer die Entscheidung trifft und die Entscheidung, dann mach doch einen Trainerschein. Geh doch hin und übernimm Verantwortung in einem Verein und mach mal was. Okay? Und genau so ist es im Hunderttraining. Du bist jetzt vielleicht nicht in diesem Mitarbeiterkreis oder an diesem Stammtisch, sondern du bewegst dich in Social Media. Du bist in einer Art Stammtisch bei Instagram oder bei YouTube oder du bist gefangen in deinem Algorithmus. Du hast das zwölfte Buch gekauft, du bist beim sechsten Seminar, du verfolgst den zehnten Hundetrainer und sitzt immer noch an derselben Stelle. An derselben Stelle sitzt du immer noch und dein Hund verhält sich immer noch gleich. Und du bist immer noch am Suchen. Und das ist doch logisch, dass du, du musst doch mal ans Handeln kommen. Und ich meine nicht diese Alibi-Trainings, dieses, ich übe jetzt hier mal fünf Minuten. Nein, ich meine mal wirklich anpacken an der Wurzel und mal wirklich etwas verändern. Das Leben verändern, die Sichtweisen verändern, den Alltag verändern. Also ich meine mal so richtig was machen, mal anpacken. Das ist so wie am Stammtisch sitzen und nach einem zweiten, dritten Glas Wein oder Bier zu erzählen, wie Politik läuft. Geh doch mal in die Politik, steh doch morgen früh mal auf und geh hin und verändere etwas. Lerne etwas und debattiere nicht nur oder analysiere nur und labere und labere und labere, sondern mach doch mal was. Mach doch mal wirklich was und da musst du nicht perfekt drin sein. Da musst du nicht, ist es das richtige Timing? Ist das jetzt wirklich noch Frust oder ist das nur ein verschobener, er wird bla 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 bla. Ey jetzt mal ohne Quatsch, das Leben mit Hunden, das ist doch nicht so kompliziert. Es verkomplizieren alle. Da draußen laufen Konzepte rum, wo du denkst so, alter Falter, das check ich nicht mal und trotzdem komme ich irgendwie mit Hunden klar und kann tausenden Menschen was vermitteln, dass sie erfolgreicher werden. Was ist denn man los? Jetzt mal ehrlich, einen Hund zu erziehen, das ist doch kein Hexenwerk. Es sind ein paar Grundlagen und dann ist gut. Weißt du, wie viele Menschen da draußen rumrennen und sich so oder so fragen, warum gibt es denn eigentlich Hundetrainer? Was ist denn das Problem? Das Problem ist, dass wir hier in unserer Region, in unserer Blase alles kaputt analysieren und wissen und interpretieren und schlaumeierig und klugscheißerisch. Das nervt unheimlich, wirklich jetzt so. Und dann sind die Leute so verunsichert und dann, ach mein Trainer damals hat aber gesagt, wen interessiert das denn? Frag dich doch einfach selber, was machst du da und was ist das Ergebnis? Das ist eine ganz einfache Frage. Du fährst jetzt mit deinem Auto und mit deinem Hund irgendwo hin. Irgendwo hin. Und ich rede jetzt noch nicht mal Großstadt oder Auslaufgebiet, wo eine Million Reize sind. Irgendwo hin, wo kaum was los ist. Kannst du mit deinem Hund aussteigen, ohne Leine, Rucksack aufsetzen, normal mit ihm kommunizieren und er bleibt einfach bei dir? Er hört dir einfach zu und wenn irgendetwas kommt, dann wartet er, frag dich, du kannst mit ihm sprechen, er kommt zu dir, du kannst ihn anleihen. Du kommst einigermaßen gut dran vorbei und dann leinst du ihn wieder ab und anders gut. Kannst du es oder kannst du es nicht? Und wenn du es nicht kannst, dann hinterfrag doch einfach mal, was du die letzten Monate und Jahre gemacht hast. Was verkomplizierst du da? Was guckst du dir an? Was trainierst du denn eigentlich? Hast du es denn eigentlich wirklich verstanden, worum es eigentlich geht oder eher nicht? Und das muss man, ich weiß auch nicht. Es ist, ich werde wieder zurückrudern und auf die Einfachheit pochen ohne Ende. Grundlagenverständnis. Mensch, wenn du deinen Hund rufst, dann hat er zu kommen. Mach doch da nicht so ein Hexenwerk draus. Trainier das positiv sowie negativ. Wenn er kommt, lohnt es sich. Wenn er nicht kommt, gibt es eine Konsequenz. Was ist denn daran so schwer? Du brauchst ein paar kleine Schritte dazwischen. Vor allen Dingen, wenn du ein Tierschutzhund hast und so weiter. Alles gut. Aber mach es doch nicht so kompliziert. Mach es doch nicht so kompliziert und sag deinem Hund einfach, was er zu tun hat. Und dann hat das ein Ergebnis zu haben. Und wenn das Ergebnis nicht stattfindet, dann musst du dich hinterfragen, was du da tust. Und da geht es nicht darum, ja, der Trainer hat aber, nein, was du tust. Nicht, was der Trainer dir gesagt hat. Weil ich spreche mit so vielen Menschen und ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Du kannst die kleinsten, detaillierten Trainingspläne geben. Trotzdem eiern sie rum und machen irgendwas anderes. Arschtritte helfen dann nur. Da gucke ich mir Videos an von Kunden, eine Viertelstunde und frage mich, was machst denn du da? Wieso? Ja, was soll denn das sein? Das ist doch keine Kommunikation. Du eierst da rum ohne Ende. Wie soll denn dein Hund das verstehen? Naja, ich dachte eventuell. Nee, nicht denken, sondern handeln. Machen. 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 Es tun. Machen. 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 Hört auf damit, sucht euch eine Informationsquelle, holt euch einen an eurer Seite und dann geht mal monatelang einen gottverdammten Weg ohne tausend andere Informationen und so weiter. Und ich weiß, dass jetzt schon wieder einer sagt, ja, aber so einfach ist das nicht. Ja, genau, so einfach ist das alles nicht, deswegen ist es alles so schwer. Und ich kann nur noch sagen, Rucksack schnappen, Hund schnappen, rausgehen, Spaß haben. Wenn du das nicht kannst, dann hör uns zu, www.hundetrainer-stiefkai.de und dann zeigen wir dir, wie das geht. Es ist kein Hexenwerk, es ist einfach. Man muss nur in die richtige Bubble kommen, man muss nur die richtigen Informationen bekommen, die richtigen Trainingsschritte, das richtige Feedback, authentisches Feedback, mal ein paar Arschschritte und dann ist das auch gut. Dann ist das alles kein Hexenwerk. Und wenn, machst du ein Hexenwerk daraus. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Macht's gut und ciao.